Einen Song, auch den werde ich heute wieder den Besten geben, aber ich möchte euch um alles bitten, nach meinem Song werde ich nach hinten gehen und werde den Ismail nach vorne holen und er hat heute seinen ersten Song. Ich bin also quasi der Vorsänger von Ismail und ich bitte euch nach meinem Song richtig den Ismail anzufeuern, dass er hier vorkommt. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Und jetzt alle hin! Ich möchte den Song auch gar nicht ansagen, Britschi, hau rein, wir schauen das. Und jetzt alle hin, wir schauen das. So, jetzt brauchen wir den Ismael. Ich muss noch kurz nach hinten machen. Ich schaue mal, ob ich im Hintergrund bin.